Ich war früher halt der Rapper, der dachte irgendwie, ich werde der deutsche Jay-Z werden und irgendwie so direkt erfolgreich und dann habe ich halt Lehrgeld gezahlt, bin gescheitert in meiner Musik und musste dann sozusagen ein Level runter, einen Job machen, der keine Qualifikation braucht, wo du einfach hart buckeln musst, wo es wirklich, wo es einfach egal ist, wer du bist, also im Lager war ich dann nicht Megalo oder so, sondern ich war der gleiche wie Mike oder Sven oder wer auch immer. Also du bist kein Loser, nur weil du vielleicht das Leben dich dazu geführt hat, einen Plan B einzuschlagen und im Gegenteil, so aus dieser Geschichte des Scheiterns, dass da einfach was Gutes entstehen kann, was man halt vorher so in der Form nicht gesehen hat. In dem Moment, wo ich dachte, meine Karriere ist gescheitert, die Karriere ist am Ende, ich höre auf zu rappen, habe ich erst eine Karriere bekommen.